Uh, eine Schwede hatte ich durch ... Mauri? ähm Was machst du nachts im Zimmer von deiner Stehschwächter? Du hast doch Mara! Ja wir haben für die Matheklausur gelernt morgen Morgen ist Sonntag Äh Was machst du um vier im Zimmer meiner Schwächter? Na, die hat gestern mal ein Paket angenommen Ach, und wo ist das Paket? Stimmt, verflixt! Was ist denn hier für ein Krach mitten in der Nacht? Wenigens einer, der anständig ist und im Zimmer, wo er hingeherrt Äh, Schatz? Ich hoffe das war ein Albtraum